Hallo und herzlichen Dank für Ihr Interesse an der aktuellen Performance der HWB-Fonds. Die diesjährige Entwicklung der weltweiten Finanzwirtschaft ist geprägt durch den anhaltenden Handelskonflikt zwischen den USA und China. Vor diesem Hintergrund spielen unsere Fonds ihre Stärken aus und bewegen sich im gesamten Jahresverlauf auf den vorderen Plätzen in den Rankings ihrer jeweiligen Vergleichsgruppen. So führt die OnVista-Performance-Rangliste der gemischten Dachfonds den HWB-Venivide-Wiki auch per 31.8. auf Platz Nummer 9 von insgesamt 571 Fonds. In der Aufstellung von EuroBestBuy aus dem Finanzenverlag belegen das HWB-Portfolio Plus und das HWB-Victoria Strategies-Portfolio in der mit mittleren Risiko angegebenen Kategorie Mischfonds überwiegend Aktien den ersten und dritten Platz von insgesamt 60 Fonds. Das Erfolgsrezept liegt darin, dass wir das Risiko unserer Anlagen weitestmöglich streuen. Unser Fonds HWB-Portfolio Plus beispielsweise zeigt, dass wir auf ein sehr vielfältiges Portfolio an Aktien setzen. So haben in diesem Jahr bis heute über 100 einzelne Aktien zu dem bisher guten Fondsergebnis beigetragen. Allerdings kommt es uns nicht alleine auf die reine Anzahl der Investitionen eines Fonds an. Mit unseren vier HWB-Selektionskriterien filtern wir Aktien kapitalstarker, wachsender Unternehmen, die sich durch ihre gehobene Marktstellung auszeichnen. Darüber hinaus investieren wir in der Regel nur höchstens 2% des Geldes eines jeweiligen Fonds in eine einzelne Aktie. Mit Blick auf den Gesamtmarkt profitieren unsere Investoren im Jahresverlauf auch von den bisher weitestgehend nachhaltigen Tendenzen der Börsenindizes. Zur Veranschaulichung haben wir die Märkte exemplarisch einmal für Sie abgetragen. In grün den S&P 500, den Eurostoxx 50 in rot und den MSCI Emerging Markets in gelb. Sie können sehen, dass unsere Fonds hier in blau vor allem in den ersten Monaten des Jahres die positiven Marktvorgaben umsetzen konnten und ebenfalls deutlich anstiegen. Als die Börsenindizes gegen Ende Juli aufgrund der zunehmend spürbaren Auswirkung der Spirale aus Zöllen und Gegenzöllen auf das weltweite Wirtschaftswachstum teils sehr hohe Verluste erlitten, blieben unsere Fonds beinahe wertstabil. Weitere Informationen zum Investmentprozess der einzelnen HWB-Fonds und dessen Wirkungsweise in den unterschiedlichen Marktsituationen können Sie auch den HWB-Fondsbroschuren entnehmen. Diese haben wir für Sie im Sommer aktualisiert und zum Abruf auf unserer Homepage unter hwb-fonds.com eingestellt. Ich bedanke mich vielmals für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe mit den besten Grüßen.